Auch die Kulinarik hat ihre Saison. Die Wetterkapriolen fordern auch den Gastronomen. Man richtet sich schon danach ein, dass man schaut mit den Produkten. Es ist natürlich bei diesen Wetterkapriolen, so wie Sie sagen, ist es natürlich nicht ideal, jetzt eine heiße Suppe zu servieren, sondern wir servieren natürlich jetzt bei uns passend in die Jahreszeit so eine Richtung. Schöne kühle Suppen, Kaltschalen sind natürlich jetzt modern, Flips, alles in die Richtung mit Joghurt angereichert. Wir machen zum Beispiel jetzt kalte Erdäpfelsuppen mit heimischen Schwammerl dazu. Die sprießen durch das schlechte Wetter natürlich wieder. Das ist wieder ein Vorteil. Kann man natürlich jetzt auch wieder in dem Sommer verwenden. Das ist natürlich auch wieder sehr lustig für diese ganzen Suppen. Ja, Suppen ist einfach das große Thema, aber halt gekühlt. Was für so manchen der Ritterschlag ist für den Koch die Haube. Ob eine, zwei oder mehr, ist eine Auszeichnung für besondere Qualität. Also, wie kommt man zu einer Haube? Tum tun muss man dafür gar nichts. Man muss einfach nur kreativ sein und gut kochen. Wir haben ja seit 2006 das Johanns jetzt in Brug aufgesperrt und wir haben 2007 die erste Haube bekommen, 2008 die zweite und haben jetzt sukzessive seit den letzten sechs Jahren durchgehend immer zwei Hauben, sind immer unter den besten vier, fünf Restaurants der Steiermark dabei. Es ist ein großer Trupp, wenn man sich diesen Weg aussucht. Aber das kann man ja auch nicht kaufen. Das kommt ja einfach automatisch durch Gäste, die dann an diesen sogenannten Verlag halt dann einfach wirklich ein Feedback geben. Und da ist es halt eine Bewertung. Aber ich sage, das Ganze ist nicht so wichtig. Es ist eigentlich für den eigenen Ego, wo man sagt, und für die Mannschaft, was auch ganz wichtig ist für die Mitarbeiter, dass man sagt, wir haben das Ziel erreicht, es ist ein Ziel, dass man eine Haube hat, aber es ist jetzt kein Muss. Es ist einfach eine Oberliga der Gastronomie, in der man halt mitspielen möchte. Und ich glaube, das muss man gar nicht, diesen Druck, den muss man halt dadurch auch aushalten. Sind die Leute bereit, den Preis für ein Lokal zu zahlen, das zwei Hauben hat? Auf jeden Fall. Natürlich ist der Preis höher, als wie in gewissen anderen Restaurationen oder in den anderen Gaststätten. Aber man muss auch rechnen, dass der Einkaufspreis, die Waren natürlich viel, viel teurer sind. Wie oft wird dann überprüft, ob sie der zwei Hauben noch würdig sind? Das ist ja anonym, das kann man ja auch nicht beantragen, sondern da kommt einfach irgendwer, ist anonym, reserviert, sagt nicht, wer er ist. Man erfährt das auch nicht. Angeblich heißt es, es sollte in dieser Phase so sein, dass man ein- bis zweimal je nach Haubenmengen überprüft wird. Und so im November ist immer die Zeugnisverteilung. Welche Rolle spielt das Ambiente? Ambiente im Punkt, du hau, wenn ich gar keinst. Wichtig ist, da heißt es immer, dass was auf den Teller kommt. Wobei ich da ein bisschen widersprechen muss, weil sonst mache ich einen Kuhstall mit Glas rundherum und stelle mir dort vier Tische rein und koche drinnen. Also der Gast muss sich schon wohlfühlen. Gast ist jetzt, das Ambiente ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Was sagst du eigentlich dazu, wenn man sich die Insolvenzen anschaut? Dann sind sehr viele Gastronomen dabei. Immer mehr und immer mehr. Ja, woran liegt das? Ich glaube, wenn man wieder diese Thematik mit diesen Haubenrestaurants aufnimmt oder auch mit der normalen Gastronomie, es gibt sehr, sehr viele gute Köche und sehr, sehr viele gute Kellner, Oberkellner, die was machen. Aber ich glaube, man muss einfach auch daraus denken, man muss auch ein Kaufmann sein. Und ich sehe es oft bei mir auch, ich bin auch Kaufmann. Und wenn ich zum Beispiel dieses Wein-Thema aufnehme, wo ich sage, wir haben bei unseren zwölf Sitzplätzen 450 Weinpositionen auf der Karte, das muss man ja auch bezahlen. Und wenn man dann so einen schönen Weinkeller hat, dann kommen natürlich auch die Gäste, die den Wein schätzen. Und dann muss man das halt irgendwie auf der Basis auch anbieten. Und, wie gesagt, ganz wichtig, Kaufmann und Raritäten sammler. Also nehmen wir zwei Herzen in einer Brust, die du schlagen. Und genauso ist es beim Kochen. Gute Küche und gutes Ambiente bedeuten Lebensqualität.